Wer dachte, die Deoxys-Mucke wäre eine gute Idee? Und damit herzlich willkommen, Leute, zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Ride Chapter. Mit dabei ist der Python. Python, hallo. Python, meine lieben Freunde, warum sitze ich so beschissen? Keine Ahnung, ist auch egal. Ja, da wird es wie immer random Kommentare von sich geben, wie immer. Und wir zocken hier gleich mal weiter, wo er im letzten Part stehen geblieben ist, weil er dachte, es wäre eine gute Idee, zwei Parts ohne Misch aufzunehmen. Ja, das war auch eine sehr gute Idee, hallo. Das war auch irgendwie schlussendlich eine gute Idee. Okay, der Pai war extrem schlau und hatte keinen Saves-Set gesetzt. Ich habe einen, aber du hast ihn gelöscht. Du hast ihn gelöscht, schade. Und ich musste alles wieder von vorne spielen, was er eben in den letzten zwei Parts gemacht hatte. Und er hatte viel Spaß beim Rumlaufen, beim dreimal durch die ganze Region laufen. Es war lustig, es war schon auf jeden Fall lustig. Aber mit dem Speed-Button ging das eigentlich relativ schnell, meine Lieben, Freunde. Was machen diese Penner her? Wir müssen jetzt Pantimimi suchen. Wo ist denn der? Keine Ahnung. Ich werde nach Hause gehen und einen massiven Dumpen nehmen. Ich finde, sie wissen, wir sind hier. Okay, ein anderes Pokémon ist mit ihrem psychischen Power, um zu schlauern, Goldock zu schlauern. Sie versuchen, dich zu schlauern. Goldock, schlau dich zurück. Ich glaube, er wollte nicht, dass du da hinläufst. Das Spiel hat mir das sehr gut dargeboten. Das wurde wirklich sehr gut erklärt. Wo ist das verfickte Pantimimi? Wo zum Fick muss man denn hier hin? Was machst du? Ich bin der beste Schickmagnet in der Stadt. Die Mädchen können die Hände von meinem sexischen Körper bekommen. Was machst du? Find diesen Clown. Hier ist dieser Huren-Zord. Use all your power to solidify your blood is conscious. Okay, ich kann das nicht ernst nehmen, liebe Freunde. So, lass mal gleich töten hier. Ihr wisst ja Bescheid. Sobald irgendwas auf uns zukommt, müssen wir es töten, weil töten ist sehr gut. Ja, Mann. Warte. Was zum Fick? Hast du so gedacht, ne? Ich dachte, das wäre eine gute Idee. Bist es aber an der Generation speziell, Bruder. Dieses Spiel ist einfach nur beschissen. Und Shadow Ball ist süßig. Er fragt dich gerade, ja warum setzt du denn nicht das hier ein? Mach ich hier. Glaub mir, Leute, es hätte nicht so viel abgezogen, weil dieses Spiel beschissen ist. Okay, das Spiel nicht, aber die Mechanik, die Mechanik, die Gameplay, whatever. Okay, die Barrier ist weg. Take me back. Äh, haben die dich allein gelassen oder was? Zum Fick ist hier gerade passiert. Ich dachte. Achso, du kannst... Wir haben es geschafft, der Barrier ist weg. Äh, sie machen alle Arbeit und ich bekomme, was ich will. Oh, ich bin so gut. Diese Wurr. Nee, das ist eigentlich nichts. Hey, hey, warte. Oh, diese Leute, ich liebe sie. Blue, ich hoffe, du sterben. Blue, hörst du. Ich habe das nicht gemacht. So, you could make it your show. Where is my opponent? Where? Erinnert mich an Pokémon Origins. Origins? Erinnert mich schon ein bisschen. Hallo, der ist ein Pokéball. Da dachte er ja, Gary auch. Der ist richtig cool. Zum Fick, ich war gerade okay. I'm right here. The Showdown is about to begin. Bloody. This is a rematch I was waiting for. And I'm gonna use a legendary Pokémon to destroy you. Like a motherfucker. What the hell? This is payback for what happened in Mount Moon. No die. Ich werde gerade gesandwiched. Gangbang. Ich werde nicht. Ich werde ungern gesandwiched in diesem Spiel. Oh, hau das Espioner weg, Alter. Der Typ ist lustig. Wenn das Ding fliegt, oder? Weezing. Ja, stimmt. Der ist am Schweben, Alter. Dann hat es keinen Sinn. So und so. Ich werde wechseln, meine lieben Freunde. Und mit dem Psydbeam würde ich dann das jetzt. Psydbeam ist eine ziemlich gute Idee, eigentlich. You think? I think, yeah. I suppose. It is. It is actually a nice idea. I really like it. It's amazing. Yeah. Christ's sake, what just happened? Can you explain it to me? Hello. This beast is really slimy. The game. This game. It's so amazing. I really would buy it. I would totally give money for it. I would totally recommend it. Leute, wir forschen dieses Spiel maximal. But I won't. Hörb, derp, derp, derp. Let's get out of here. Oh, don't leave. Excuse. Oh, Sabrina. Sie ist unglaublich. Die. Oh, was? Das war so romanschabend. Diese Schlampen. Was? W-w-w? Ah. You're so cruel. Coming from a kid like you. It doesn't mean much. She was your ally. She has no further use to the organization. Hmm. Bloody. We'll have our battle soon enough. I need to get into that building. Wie werden sie executen? Verstehst du? Executen? I get it. I get it. Stoys. Blastoys. Hi, sweetie. Are you here to save a little damsel like me? Me? Bad move, little girl. Didn't even teach you not. Yeah, I swear. Der ist gerade im Stimbruch. Der ist gerade im Stimbruch. Der ist im Stimbruch. Oh, hallo. Pigeode. Sanififying. I'm not a bad trainer myself. Meet me in front of Self Co. But I need to find... Meet me? Leider, diese Spiele ist geil. Hallo. Auch die gleiche Tonlage. Geil. Die gleiche Länge, die gleiche Tonlage und der gleiche Zeitpunkt, Alter. Ob wir die gleiche Länge haben, weiß ich jetzt nicht, aber... Ja, wir wollen uns nicht übertreiben. Okay, wir wollen uns nicht darauf verstanden. Ja, das wollte ich nicht sagen. Deswegen habe ich übertreiben gesagt. Übertreiben ist gut. Der zieht schon wieder übers Ziel hinaus. Der zielt wieder? Nee, der schießt. Sollten wir es noch weiter vertieften. Was? Der Typ, der hat irgendwann eine Stoff. Der weiß einfach nicht, wann Ruhe ist. Versteht ihr? Ruhe. Okay, das versteht man eigentlich nur, wenn man den Namen versteht. Koffing, Husten, hallo. Der Hustenanfall. Wegen dem Dampf. Oder so. Ich weiß nicht. Oder? What, what, what that kind of steam? It's, it's a steam engine. Actually, it's Geer Sekando. Geer Sekando? Geer Sekando. It's a One Piece. Rufi. What the hell was that? Lufi-kun. Ich glaube, du kriegst das Psyche gut aus. Hey, don't move. Let me test your strength. Oh, no. That guy sucks. Totally. Yo, Raihorn. Raihorn. I actually thought that Aerodactyl has super power. Penetrates him with his horn attack. No, 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 no. No, stamp is better. What the fuck am I speaking English? I don't have a fucking clue actually. That's a good idea. Mook. Smook, Mook. Minimals. Das wird ein lustiger Kampf. Ah, das ist auch richtig lustig. Gutes Spiel. Ey, wer dachte, es wäre eine gute Idee, mit einem KB zu überleben? Das Spiel dachte, es wäre eine gute Idee. Einem perfekten Pixel. Ich dachte auch. Du dachtest jetzt, Stärke wäre eine richtig gute Idee. Nein, aber Champ. Er dachte, er möchte seine Stärke testen. Bei dem... Diese Resonanz. That resonance. Was ist das für eine Oma, Halo? Die sieht gruselig aus. Oh mein Gott. Die Oma. Wusse ich doch. Jetzt geht's ab. Was? Warum bist du so schockt, dass ich eine Veranstaltung nach einer langen Absence gemacht habe? Du wirst 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 wirst. Das ist im Jahr kommen die Oma wieder. Was? Wait. Ich liebe Videogames. Sie sind so sexist. Es gibt nie ein female Hero. Da ist Green. Sie ist kein Hero. Sie ist kein Hero, eigentlich. Was willst du? Hey. Hey. Wer ist deine Mom? Ich bin am Tag. Das kennt man irgendwoher. Was für ein Grot. Er hat Earthquake und benutzt Asian Power. Aber es war nicht so eine gute Nebenebenfreude. Hallo. What do you want? Ich will einkaufen. Der ist das auf Limits. Ach, zum Fick. Vorher hast du so ein Ding. Rockblast. Zum Fick. What? Nee, ich zurück. Zurückschrecken wäre jetzt sehr behindert gewesen, meine lieben Freunde. Und der reicht ein Level ab. Wunderschön. Ich hab's immer noch im Hinterkopf. Das Fick mich. Die ganze Zeit im Kopf. Kinders, wir haben... Oh, Max Revive? Nee, nicht wirklich, oder? Nee, Max Repair. Geil. So, okay, nice. Für mich ist das Spiel eigentlich jetzt schon gelaufen. Ja. Ich hab' mein Lieblings-Item gekauft. Mir geht's jetzt verdammt nochmal beschissen gut. Alter, ich hab' so viel fucking Geld. Du hast ja gerade 99 repels gekauft. Du kannst immer noch den Laden leer kaufen. Na, hallo. Das Spiel dachte, das wäre eine gute Idee, mir so viel Geld zu geben. Wo hast du die Scheiße eigentlich? Keine Ahnung. So, ich werd's da verkaufen. Dieb weg. Äh, weg. Äh, nicht weg. Vielleicht weg. Äh, stick weg. Äh, stick. Äh, weg. Äh, Hearthstone. Äh, nee, nicht weg. Äh. Äh, I don't need that. Sharpie. Sharpie. Oh, I'm gonna... You know. Spelltag. Poisonball. Nope. Nope. Yeah. Oh, go away. Metalcode. Wreckhandy. Nope. Wreckhandy. Shit. I hope you die. Der Typ kriegt mich oft die ganze Zeit mit diesem... Das ist die Scheiße wegen so weg, man. Hallo. Hast du gesagt? Ist das geil. Ist das geil. Hast du jetzt sogar gelackt? Oh, den, den. Das oder oder oder? Nein, dann steht er nicht. Okay. Wart oder oder oder? Den hast du schon gesehen. Ich dachte, das war eine gute Idee. Und wenn Champ was denkt, dann ist es immer was Gutes, weil seine Gedanken fliegen in Höhe und breiten ihre Flügel aus. Was? Krasser Stoff. Echt? 1 bis 10? 7. Krass. Er wartet nicht mal, wenn ich was gesagt habe. Hi, sweetie. Um, okay. You see? That's mean Gar there. He sucks. Yeah. Okay, I have a plan to get both me, me and you. In. In. I'm so thirsty. You mean me and you in. In. Coming. Could I get a, have some water? No. I'm so thirsty. I'm so thirsty. I know I should have drunk something from my shift. Get fresh water. Drink him into moving. Then break in. Heh. I get it. I get it. He already went in. Really? Cool. Team Rocket have to cover the city. I want to get out of the city, but Team Rocket has blocked our legs since. Anymore. Okay. I really, really need them. There's something for you. I was given a PP up as a gift. It's used to increase the PP of a Pokemon's move. I should use it on a powerful move. With only a few PP. That sounds pretty bold. Yeah. I don't like bold. What? Glua ging right fatal. Get out of my way! Never. I fight and die for Team Rocket. I set out of my way! Charizard! Heatwave! Come back! What the fuck? Aren't you nosy? I'll teach you a thing or two! This is for Eevee! Okay. Okay. Do we know each other? Eevee? I don't know. I don't know. What has to do with Eevee? Weil sie an dem Ding Experimente durchgeführt hat. That's what she said. I'll get my revenge! That's what she said. Now where did she go? Nobody cares. Hello. What do you want? Hello. I thought it was a good idea taking this route. I've seen my colleague Ford as a... What the fuck? I don't know. I don't know. Radical. I don't know. I don't know. Verstehe? Rechtsradical. Verstehe? 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 In der Regel Sinn machen. In der Regel einmal im Monat. Ah. Dieses Wort spielt immer neben Freunde. You can go. So. Der wurde jetzt maßlos trainiert. Ich wechsle zu Bisa. Bisa Sam! Ich mach das eigentlich sehr vorbildlich hier. Ich versuche keine Zeit zu verlieren bei dem Change. Und ich weiß immer genau was getan werden muss. Also alles. Bojos auf den Hallo. Ich weiß aber trotzdem. Hallo. Lass mich doch einfach. Nein. Ich will hier rein. Hier will ich. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Jetzt geht's. Geh einfach rein. Hat's auch gesagt. Ich hab's drauf angelegt. Sorry. Only der... Marr... 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 Ich bin so schiess, 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 ich bin so schiess. Ich kann es in deine Augen, ich kann es in deinem Lied. Du bist all I ever wanted, mit ihr arms open wide. Ha! Kiii! Excuse me sir. Ah, 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 da. Ah, yep, yep, all the fucking way, here. Fuck yeah. Shit, shit, oh, oh, map, map, map. What the fuck are you doing there? I'm taking the wrong way, dude, I don't like this. Oh, get the shit. Wait, wait, ah, wait, does this make sense? Fuck yeah, nope, but still. Hello, hello, you, you! What the fuck is going on? Get the fresh water, here, get your fresh water. I'm so thirsty! Hey! What do you want, Kurt? Do you want a zib, zib? Okay, that was weird. Yes, please, thank you, Kurt. Well, you ain't getting, getting it. I'm gonna kill you! Good job, no teacher Flynn, you'll need to run away while I break in. What? You honestly think we'll break in together? I'll get caught easily. But I need to find Blue. That's good, he's not even inside. That's what she said. You said he was! Yeah, I lied. Silly me. I didn't see him around the Saffron's gym, so, yeah, get away. She lied to me! That bitch! Okay. 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 Wir wurden gerade verprügelt von diesem... Kerl. Sagen wir's mal so. Bei dem Freund auch. Ähm... Blue... ...sollte genau... Warte, warte, warte... Hier sein. Du. Du. Oh no. Bloody! Uh... Who the fuck is saying this? I've only found you. Why the fuck? What the fuck? What the fuck? Okay, that was... That doesn't even make sense. No, not at all. Hello! Sabrina! Sie ist ein Glablage. You know her? She's part of Team Rocket. I was attacked by her in Professor Oak Lab. Professor Oak Lab. So, you are responsible of my grandpa's disappearance. Where is he? I'll just get the answer of you then. Wait! You'll need help! I don't need your help, bloody. I can handle both of you easily. Well, that's the woman, so you should take that. I can handle both of you easily. What's this sound wave? She's a psychic! You two have been a nuisance to Team Rocket for a while now. With you two gone, all your plans would fall into place so much easier. I can't even move my arms. What? Someone broke into self-co. I'll finish you two later. Oh, oh yes, fuck yeah. I can't waste any more time. Meet me inside a tall building in the center of the city. That's what she said. I'll go ahead and handle the guard first. I'll go ahead and handle the guard first. I'll get them done. I can now go. So, what? You. No, not you. You. Freunde, you have to say that allows for the part. We have a lot achieved. You have to do a few months? Yeah, it's a little slow. That's all right. He's supposed to be. It's a good thing. It's a good thing. sind meine lieben Freunde. So, Freunde, haut rein, bis zum nächsten Part. Euer Bladius. Und der Python Ray. Ja, der auch. Tschüss. Kommst du nach Miracisco-Eingänge? Hallo. Aller Spieler zum Beispiel. Tschüss. Tschüss.